Also, heute ist das 16-Seite-Tücher ab und wir starten mit einer Droh-Bahne. Zur Erdverwandlung kommen wir in den gemütlichen Schneidersitz. Mit der Einatmung heben wir dann die Arme über die Seite nach oben. Mit der Ausatmung drehen wir uns an. Zur linken Seite auch die linke Hand. Stellen wir hinter unserem Körper auf und der Blick geht über die linke Schulter zurück. Und wir atmen, dabei zentralend aus. Mit der Einatmung sinken wir ein Stück mehr in die Länge. Und mit der Ausatmung sinken wir weiter in die Länge. In der nächsten Einatmung kommen wir dann wieder zurück nach oben. Und mit der Ausatmung drehen wir uns gleich zur rechten Seite auch. Und mit der Einatmung wieder in die Länge ziehen. In der nächsten Einatmung kommen wir dann wieder zurück nach oben und wir verschränken die Arme und ziehen die Arme einmal in die Länge. Und mit der Ausatmung senken wir die Arme und die Seiten ab. In der nächsten Einatmung gehen wir den rechten Arme hoch. Mit der Ausatmung drehen wir uns zur linken Seite auch. Die linke Ellbogen kann gerne abgelegt werden. Und die rechte Hand ist wie die Ausatmung. Der Blick geht entweder nach oben oder nach vorne. Und mit der Ausatmung drehen wir uns gleich zur rechten Seite auch. Und mit der Ausatmung drehen wir uns gleich zur rechten Seite. Und mit der Ausatmung drehen wir uns wieder zurück. Und mit der Ausatmung drehen wir uns wieder zurück. Und mit der anderen Arme kommen wir wieder in die vierte Uhr kreuz. Der Blick geht gleich an ihn hoch. Mit der Ausatmung rollen wir auf. Und mit der Ausatmung drehen wir uns wieder zurück. Mit der Einatmung in die vierte Uhr kreuz. Mit der Ausatmung einmal in den Grundrücken. Mit der Ausatmung. Einatmen. Und ausatmen. Und wieder kommen wir alle wieder in den neuen drei und vier Fuß abgestellten. Mit den Fuß nach hinten auf und drücken die linke Ferse weit in den Boden. Ich fühle mich jetzt noch hier einmal zurück. Die Hüfte bleibt aber ganz normal ausgerichtet. Dann wechseln wir die Arme zusammen. Das rechte Bein stellen, die Beine nach hinten. Durch die Ferse, die Beine nach hinten in den Boden. Kommen wir dann einmal zurück. Und mit dem Ausatmen drücken wir jetzt ein und hoch und schieben uns in den Handabschon. Die Kissen können gerne leicht beuchtet bleiben. Finden die Läge. Und beginnen hier einmal an der Aufwärtsmusik hinbrechen die Ferse in den Boden zu schieben. Zugehen. Von hier aus nehmen wir den Annen mit der rechten Beine nach oben. Und stellen sie sich vorne zwischen den Armen ab. Einhalten eure Arme über die Seile nach oben. Und wir setzen sie euren Chinkif nach oben. Und spüren die Idee noch im Hüftbereich auch an der linken Seite. Dann können wir einmal die rechte Hand. Und außerdem die Hüfte wieder nutzen. Ein Stück weit kommen wir zur rechten Seite. Jetzt verstärkt die Idee noch einmal. Mit der Ausatmen drücken wir den Bein zurück. Und wir strecken den Vorwandfluss jetzt einmal. Und der Oberhaut wird über den ausgestrechten Fuß abgelegt. Jetzt setzt den Renners Stretch. Und ich spüren die gesamten Bein und Rückseite. Und ich spüren die gesamten Bein und Rückseite. Mit der Ausatmen vorne zwischen die Hände. Und wir setzen das rechte Bein ab. Mit der Einwand drücken wir die Seite nach oben. Und ausatmen wir setzen sie tief. Wir ziehen den Nagel zum Hügelseide. Wir hängen gar nicht durch. Jetzt haben wir den Bauchspannung gemacht. Und wir spüren die Idee noch immer. Wir nehmen jetzt auch die linke Hand zum linken Knie. Und wir gehen dann mit der rechten Hand zum linken Knie. Wir gehen jetzt an. Diesen Einladen. Und wir gehen wieder an den Hühgelseidern. Wir gehen und wollen die Angelegenheit nach unten. Und mit der strecken wir den vorderen Fuß. Und beugen den Oberkörper einmal zu drücken. Und dann kommen wir wieder zurück und wir kommen auf einmal in die Klappe, also wir setzen die Klappe, dann kommen wir wieder zurück und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe. Ausatmen, dann kommen wir wieder zurück und wir kommen in die Klappe und hier aus wandern und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück. Und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe. Wir nehmen das linke Bein und stehen das zur rechten Seite, die linke Hand steht weit zur und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe. Wir spüren den Füß in der Niedersäule. Wir spüren den Füß in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück und wir setzen hier an die Seite. und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück. Komm, dann wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir wieder zurück in die Klappe und dann unten hin und dann ... Dann kommen wir immer wieder zurück in die Klappe und dann kommen wir in die Klappe. Primierten nämlich links explodieren und dann kommen wir hierbalanced Ausatmen und kommen wir in der Klappe zur rechten Seite hin. Und dannная ab und dann kommen wir immer wieder zurück. Und danke für's zu machen.